Sie sind hier, 12. Januar 2019, 19.12 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Freddy Kitchens ist neuer Cheftrainer der Cleveland Browns Urheberrecht. Die Images, die Cleveland Browns haben einen neuen Cheftrainer, Freddy Kitchens steigt vom Offensivkoordinator auf und erhält mehr Verantwortung. Die Cleveland Browns aus der NFL haben Offensivkoordinator Freddy Kitchens zum Cheftrainer befördert. Wie das Team aus Ohio am Samstag mitteilte, folgt der 44-Jährige auf Interims-Coach Greg Williams. Kitchens war erst im November des vergangenen Jahres zum Offensivkoordinator aufgestiegen, mit Kitchens an der Seitenlinie steigerten sich die Browns um Rookie Quarterback, Baker Mayfield, auf 23,7 Punkte pro Spiel. In den ersten acht Saisonspielen war Cleveland auf durchschnittlich 20,6 Punkte gekommen, Anzeige, DAZN gratis testen und die NFL live. Er brachte es in seiner Amtszeit auf lediglich drei Siege, ein Unentschieden und 36 Niederlagen und ist zudem der NFL-Cheftrainer mit der schlechtesten Auswärtsbilanz in der Super Bowl era. von Sportinformationsdienst von Sportinformationsdienst